Hallo allerseits, der Markt, ja, ein bisschen eingebremst das Ganze, wir werden noch sehen, wohin uns das Ganze führt, aber auf jeden Fall mal, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Obwohl ich sagen muss, ein Muster ist das eigentlich eher für die Abwärtsseite, denn ihr erinnert euch, ich erzähle das ja immer wieder, dass das, was wir hier sehen, ja, mit so einer Bewegung eigentlich so eine klassische Gegenbewegung darstellt, auch wenn es ein bisschen zu kurz getreten ist, der liegt ja ein bisschen niedriger, ja, aber niedriger ist jetzt nicht das beste Zeichen für Bullish eigentlich. Na gut, das würde durchaus so ein Szenario nochmal aufleben lassen. Das ist ein klassischer Trigger, aber ich glaube, den müssen wir gar nicht groß diskutieren, der ist arg weit weg, deshalb soll der jetzt nicht im Fokus unbedingt stehen. Das kann sich allerdings im Nahkampfchart vielleicht besser ergeben, nämlich wenn wir den Blick auf das, was man jetzt hier gar nicht mehr erkennen kann, wirft, zum Beispiel hier im Fünf-Minuten-Chart, sobald sich hier ein bisschen, na, ist das schon eine gute Geschichte, noch sieht das ja ebenfalls wieder sehr korrektiv aus. Das heißt, ich bräuchte, dafür räumen wir mal hier auf der linken Seite ein bisschen Platz hier wieder, ich bräuchte hier eine scharfe Seite nach unten und wackele ich nach oben, damit ich dann sagen kann, ja gut, hier Bullen, die sind gegessen, jetzt geht es hier ran, um die Lämmer zu schlachten, so ungefähr, na, also um die Abwärtsseite weiter ran zu bringen. Aber, wenn wir uns jetzt das Ding hier angucken, so müsste es, nein, so müsste es am Anfang aussehen hier, damit es gut aussieht, bis jetzt sieht das aber eher noch wackelig aus, wie wir hier im Fünf-Minuten-Chart sehen. Ich wechsle mal auf den Fünfzehn-Minuten-Chart, dann haben wir da ein bisschen mehr. Also, das hier ist allerdings nicht bis jetzt die allergrößte Stärke für die Bären, im Gegenteil, würde hier wiederum ein korrektives Muster eben bringen für die Abwärtsseite, sprich, dieses letzte Zwischenhoch wäre auf jeden Fall nochmal ein Tritt in den Hintern für die Longseite. Also, ihr seht, der Markt ist im Moment sehr, sehr so auf dieser Kippseite, er hat sich noch nicht wirklich festgelegt. Man kann eigentlich ein bärisches Szenario erwarten, aber man kann auch ein Long-Szenario erwarten, also ein bullisches. Hier in dem Fall, er hat sich also da noch nicht wirklich festgelegt und es fällt mir dann, naja, es ist mein klassisches Vorgehen, relativ schwer eine Entscheidung zu fällen, außer er triggert. So, das ist immer so meine Bedingung, wo ich dann sage, wenn er das dann tut, dann ist wieder die Welt in Ordnung, dann habe ich wieder ein vorläufig klares Bild. Ist das jetzt ein guter Einstieg? Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Da seht ihr mal, wie wir das so ungefähr immer machen. Ist das schon ein richtig toller Rücksetzer hier? Ist das schon ein großer Rücksetzer? Um jetzt, hat er nicht irgendwann die Tage sowas gemalt? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das jetzt die Korrektur, um jetzt vielleicht sogar das zu erwarten? Ja, schauen wir es uns mal an. Dafür müssen wir gucken, ist diese Korrektur groß genug? Und groß genug ist immer relativ, da werden sich zwei Leute immer auf die Nase kloppen. Ja, das ist groß genug. Nein, um Himmels Willen, das ist noch nicht groß genug. Ich habe für mich eine Orientierungshilfe und das ist mit Fibonacci. Ich mache es mal ein bisschen größer, dann sieht man es, indem ich einfach mal messe, wenn das jetzt hier wirklich eine bullische Bewegung war, vielleicht ein Fünffälle, 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie, dann sollte die Korrektur irgendwo hier landen. Sie darf auch ein bisschen oberhalb von 38, sie darf auch ein bisschen unterhalb von 61, aber das ist irgendwie so. Diese ganz grobe Zone, sie ist extrem ungenau, aber sie ist eben auch typisch und passend. Das ist eine normale, hinreichend typisch große Korrektur einer Bewegung. Das ist nicht immer so, manchmal geht er auch weiter, manchmal ist er auch kürzer, aber das ist das, wenn er das machen würde, womit man sagen kann, oh, das passt schon. Das ist schon so ungefähr das, was eben so ein Klassiker eben ausmacht. So, und wir sind halt noch ein ganz schönes Stück zu kurz. Das heißt, ich finde Long trotzdem gut, wenn er da drüber geht. Ich kann dann aber schlecht sagen, das ist die vollständige Korrektur dieser Bewegung, denn für eine vollständige Korrektur, haben wir ja gerade festgestellt, ist sie zu klein. Warum ist das überhaupt wichtig? Wenn das eine vollständige Korrektur ist, dann gehe ich normalerweise von ungefähr einer 1 zu 1 Projektion aus. Ja, also das ist so sehr vereinfacht. Da kann man noch ein paar Spitzfindigkeit finden. Ist das jetzt ein echtes Tief? Was ist hier mit der Vorgeschichte? Aber lassen wir das im Moment mal außen vor. Alleine an dieser Größe kann man schon erkennen, ich habe hiermit Schwierigkeiten. Das heißt nicht, dass das nicht passiert. Aber die Aussagekraft ist halt deutlich schwächer, als wenn wir hier sagen, wir kriegen jetzt hier eine, zum Beispiel, die kann ja auch anders aussehen, echte, hinreichende Korrektur. Dann kann man sagen, jawohl, jetzt sind wir gut erholt und jetzt wird das, was wir hier haben, nochmal einfach vorgesetzt. Wir sind bereit und zack, über dem letzten Hoch dann einsteigen. Also ihr seht so ein bisschen, das hängt auch von den Größenordnungen ab. Das ist nie ein Beweis, aber es ist das typische Bild und das gibt einem dann natürlich mehr Hoffnung, mehr Drive dann entsprechend eben unterwegs zu sein. So, kann man also jetzt dann nicht long gehen? Doch, man kann natürlich da schon long gehen an diesem Bruch hier, was ich eben angedeutet habe, hier quasi über diesen. Das ist das Gleiche hier in feingetunt sozusagen. Man kann darüber long gehen. Wer es jetzt nicht erkennen kann, das ist das Hoch von, was haben wir, 26.11.15 Uhr so in etwa. Und zwar beim Dow Jones, in dem Fall Future. Beim Future lag das in etwa bei 34.417. Wer jetzt nicht den Future, sondern vielleicht ein CFD oder irgendeinem anderen Kontrakt handelt, bitte noch mal die Größe oder die Höhe testen. Aber das 11.15 Uhr hoch, das wäre ein möglicher Trigger. Dann kann man natürlich schon long gehen, allerdings dann nicht mit dem guten Gewissen, der läuft noch Kilometer, sondern mit dem guten Gewissen, der läuft noch ein Stück, aber keiner weiß wie weit. Das heißt, wir müssen dann gegebenenfalls, sollten wir zumindest, den Stop auch mal ein bisschen enger nachziehen, damit wir gegebenenfalls da nicht rausfliegen, wenn dann ein klassisches Bild passiert, nämlich, dass die Korrektur eben tatsächlich noch nicht fertig ist, sondern erstmal eine Gegenbewegung macht und danach fertig wird. Ich weiß, einen Stop zu setzen ist unbeliebt. Es ist so, oh Gott, wo muss ich ihn hinsetzen? Dann wird man blöd ausgestoppt. Aber es ist eben sehr gut denkbar, dass so eine Bewegung kommt, die sogar sehr typisch ist. Und wer sagt, habe ich noch nie gesehen? Also sieht man dauernd diese Art der Korrekturen. Das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches. Im Gegenteil, in etwa die Hälfte aller Korrekturen statistisch gesehen sehen irgendwie so komisch aus. Die fallen häufig gar nicht so auf, weil man denkt, ja, aber so sieht ja keine Korrektur aus hier hinten, weil man den Teil nicht mit dazu rechnet. Eigentlich gehört das allerdings alles schon mit dazu. Ein gutes Beispiel ist das, was wir hier beim Dow ja auch im langfristigen Bild hatten, wo man sagt, ja, das ist doch keine Korrektur. Nee, das ist die Korrektur. Ihr seht, ich mache immer wieder dieses Langfristbeispiel. Aber es funktioniert nicht nur im Wochenchart, sondern wie wir hier im Future sehen, ja auch im 15-Minuten- oder 5-Minuten-Chart oder auf welcher Ebene ihr auch immer unterwegs sein wollt. Also gar nicht so schlecht die Aussichten. Auch nochmal auf die Long-Seite. Lasst euch aber entsprechend triggern und denkt daran, das ist noch nicht wirklich begeisterungswürdig für meinen Geschmack hier bei diesem Markt und es ist relativ ähnlich beim S&P. Auch hier finde ich es sehr schön, dass wir so ein schönes 1, 2, 3, 4, 5-Muster haben. Eine Korrektur wäre jetzt super, aber Hausaufgaben für euch jetzt mal. Ich zeige es euch einmal zumindest, wie es aussehen würde oder könnte. Wenn ihr hier Fibonacci dranlegt, dann habt ihr schon eine Idee, wie ungefähr weit die Rücksetzerbewegung sein müsste. Dann Long-Triggern, cool. Macht der aber hier da seinen Abflug und überhaupt nichts Dynamisches nach oben, sondern alles nach oben dann nur wackelig, dann ist wohl doch die Abwärtsseite die bessere. Also ihr seht, die Entscheidung, die wird erst im Laufe des Tages hier gefällt. Das Schöne ist aber auch, man kann sie an jeder neuen Ecke, immer wenn der Kurs dreht, kann man sie wieder neu finden und wenn der Kurs manchmal das macht und das macht, dann sagt er, ich bin halt noch nicht bereit. Da sieht man, okay, da hat er nicht abwechselnd eine Seite scharf, die anderen korrektiv. Da kann man es nicht machen. Also in Situationen, die so aussehen, kann man es nicht machen. In Situationen, die prinzipiell so aussehen, kann man sagen, ja gut, die ist schwächer. Also ist die Aufwärtsseite die grundsätzlich richtige. Das dazu vielleicht abschließend noch mal ganz kurz, ein kurzer Hinweis auf Gold. Wir hatten ja Gold vor einigen Tagen als Trade des Tages auch noch gehabt, als Hinweis. Der Kurs läuft jetzt ja, nachdem er hier ausgebrochen ist, hat jetzt sogar ein ganz frisches Signal hier geboten. Born for Trading können wir darauf noch mal eingehen. Jetzt hier an dieser Stelle natürlich nicht mehr, aber vielleicht der Hinweis, Gold ist nach wie vor interessant. Aber auch da warten wir irgendwann mal auf den Rücksetzer, der sich allerdings bislang noch nicht wirklich abzeichnet. Also wirklich Druck nach unten gibt es da noch nicht. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag. und bis zum nächsten prone Donc. Bye. both